Am liebsten spiele ich immer Astronauten. Turbo aktivieren. Turbo startet in 3, 2, 1. Zusammen sind wir sparenlos, dann fliegen wir bis weit ins Weltall zu den schönsten Planeten und wieder zurück. Vor meiner zweiten Mission wusste ich das schon, deswegen war es sehr viel einfacher und dann macht das Schweben auch gleich sehr viel mehr Spaß. Hast du das gelb? Auch wenn noch nicht alle von uns so fit sind wie ein echter Astronaut. Dafür aber super schlau und kenne jeden Stern, dann erklärt er mir immer das Sonnensystem und all unsere Sternzeichen. Die beiden Pferde hießen Phobos und Deimos. Deswegen heißen auch die beiden Monde vom Mars Phobos und Deimos. Meine Lieblingszeit vom ganzen Tag. Papa spielt leider nie mit einem Astronaut. Der ist immer nur mit seiner Arbeit beschäftigt. Später vielleicht. Sagt er immer nur. Dankeschön. Ja, hallo? Schon gleichzeit. Dann muss ich nur. Dafür freue ich mich schon auf nächsten Sonntag. Da fliegen Alex und ich nämlich zum Mond. Wochen Sie sagen. Untertitelung des ZDF, 2020